Schön, dich zu sehen. Gerade noch rechtzeitig. Naja, ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey! Hey! Bist du okay? Ja. Wir haben die Explosion gehört, wir dachten... Ja, das war der Karl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut. Gut, ein paar Mal war's knapp, aber... Er hat's rausgerissen. Hey. Hey. Oh, schick. Oh. Ne Kugel hat mich gestreift. Du? Ne Klippe hat mich gestreift. Und Rave? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Pfeilen geführt. Schlau. Hey. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte... Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand. Andere Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gegeben. Ich weiß. Wo, 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 wo. Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Das ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rave ganz außen rumlaufen, aber wir könnten einfach... Hey, scheiß auf Rave. Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Stimmt's? Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay. Das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff. Direkt da. Unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dort hin ist Rave gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte? Und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Oh, Mann. Wie lange jagen wir diesen Traum schon, hm? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber... Die verstehen's nicht. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese... ...art von Besessenheit schon erlebt. Wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da, lang. Ist es weit? Nicht weitlich. Nur durch diese Hakenstatt. Was, wenn Schorlein am Flugzeug auf uns wartet? Tun sie nicht. Aber was mach ich da so sicher? Weil sie auf dem Weg zum Werke sind. Und dann... aus dem Weg zum Werke sind. Geht ganz schön tief runter. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mal an runtergesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Was zum Teufel war das? Das kam von den Bergen. Das ist Averys Fall. Hey, das heißt, sie jagen sich selbst in die Luft. Nein, das heißt, sie sind auf dem richtigen Weg. Hey, bleiben wir bei der Sache, ja? Ja, vielleicht gibt es was, das wir drunter stellen können. Hilf mir mal, Sam. Okay. Hey, auf die Hilfe? Hey, nein, danke. Geschafft. Hey, da geht's. Es tut mir leid. Sieht jemand einen Ausweg? Hey, Leute, hier durch. Wir kommen näher. Ich kann es kaum erwarten, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. So nah und doch so weit. Wow, schaut euch das an. Es ist eine Art Seilbahn oder so. Meinst du, das funktioniert noch? Es gibt keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil herziehen. Vielleicht kannst du die hölzerne Plattform da unten erreichen. Ich habe eine Idee. Nathan, hilfst du mir mal? Okay. Okay, Victor, kannst du mir kurz helfen? Klar. Na los, Nathan. So, wir halten ihn fest, du springst rüber. Geschafft. Okay, wir sind so weit. Zieh uns rüber. Ich fühl mich nicht wohl auf dem Ding. Wie heißt das Zauberwort? Äh, sofort. Für einen Haufen Piraten ist diese Technik ziemlich beeindruckt. Das ist doch klar. Du solltest die Aufzüge sieben. Sie haben Aufzüge. Alles klar bei euch? Ja. Die reinste Achterbahn. Komm hoch, Nathan. Okay, Nathan. Du kletterst hoch und ich greif dich. Los, spring schnell. Nein, gib mir die Hand. Oh, scheiße. Na, gott. Sam. Oh, mein. Sam, komm schon. Komm, spring einfach. Ich fang dich. Na los. Nein. Nein, nein. Denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen hab. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt. Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam. Hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam. Sam. Oh. Blöder, sturer. Er lässt es drauf ankommen. Er wird sich noch umbringen. Doch. Na komm. Sie, sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Gehen wir. Ja. Wie? Nee. Ja. Ja. lar. ich werde ihn retten und dann haue ich ihm eine rein ok kümmern wir uns erst darum wie wir ihn was denkt ihr sich eigentlich ich meine nach allem dass wir erreicht das denn nicht lasst ihn uns einfach finden es 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 Das war's.